Ich musste kurz was wegschneiden. Aber das kriegt keiner mit. Timing Sache denke ich. Und durch. Daran lassen nicht reinspringen. Da ist ein Knopf. Und da ist auch ein Knopf. Aber ich speichere lieber nochmal. Ähm, drauf drücken, nicht hoch springen. Oh. Wo geht die Tür zu? Möglichkeit. Erst den. Dann den. Ja, natürlich. Na, ist, ist ja klar, ne? Ähm. Also, erst den. Tanti. Hier durch. Oh Gott. Ein Drache. Ähm. Bevor der da jetzt irgendwie Feuer spuckt. Da oben liegt wieder so ne Maske oder was. Kann ich da dran springen? Ja. Ja. Aber wenn ich die jetzt nehme, dann spuckt der Feuer. Aha. Nein. Ich lebe noch. Ich bin verwundert. Das ist wieder dunkel. Aha. Hebel. Oha, Spinne. Aha. Aha. Mal hinfackeln. Hier. Kommen wir da wieder hin. Ich mach mal den Hebel. Ich mach mal den Hebel. Das hat jetzt das komplette Level umgebaut. Ah, Fackeln. Aha. Was ist die Frage? Muss man jetzt hier oben lang erst? Ähm. Sch. Sch. Ich versuch mal, ob ich da dran springen kann. Ich versuch mal, ob ich da dran springen kann. Das geht nicht. Oh, das muss der Ausgangspunkt. Links oder rechts? Oder ist es egal? Man weiß es nicht. Ah. Oh. Man achte auf die Energie. Ähm. Hat sich erledigt. Machen wir mal hier weiter. Ist das schräg? Schräg ist es auf jeden Fall. Ja, ist es. Mh, 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 mh. Da kann man auf dieses Viech drauf. Nicht dagegen. Darauf. So. Vor allem bringt das was. Hallo. Kann ich denen auf den Kopf springen? Nee, ich kann. Nee, ich kann gar nicht weiter. Kann. Kann. Kann da nicht durch. Ich spreche nicht auf den Kopf. Das geht nicht. Das hat das zu bedeuten, dass diese... Da kann ich auch nicht hinlaufen. Nee, das ist... Das glaube ich gar nicht dazu... Gar nicht dazu gedacht. Ich versuche nochmal die andere Seite. Das ist nämlich keine Schräge da unten. Doch bis dahin. Aber dann kann ich hier lang springen. Glaube ich. Ähm. Ich speichere nochmal. Ah, verdammt. Auf und anlaufen. Ach, Lara. Das... 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 Ähm. Das könnte länger dauern hier. Ich speichere nochmal. So. Hm. Wenn ich auf diese Schräge springe... Und dann da dran. Und dann hier drauf. Ach, ja. Okay. Dann kann ich hier hin. Äh. 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 Muss ich da runter? Aha. Ach, das ist wieder so ein Sprung-Ding oder was? Ein Speicher. Zum... Dreihundert... Sechundsechzigsten Mal. Juhu. Ach, nein. Gut, dass ich es gespeichert habe. Ähm. Halb. Ich hab das Gefühl, das passiert noch öfter. Hier. Also... Speichern. Und... Schnitt. Schnitt.